Folge 21, da kann er schon die Shotgun nicht mehr ruhig halten vor lauter Vorfreude. Ja, es geht aufs Finale zu. Wir müssen irgendwie Captain Keys retten oder was noch von ihm übrig ist. Gut hörte der sich über Funk nicht an. Nee, der war auch nicht so begeistert davon, dass wir hier lang wollten. Wo sind denn unsere ganzen schönen Patronen hin? Was meinten sie eigentlich mit hier? Ach da. So weit weg? Bäh bäh. Nein! Shotgun, Mann! Verdammt. Der war mein bester Freund. Ja, damit kann ich nix anfangen. Noch neun Schuss zum Glück. Die haben diese kleinen Pistolen jetzt auch wieder dabei, aber ich glaube hier ging die ohne Shotgun. Keine Chance. Nee, nee, nee. Bäh bäh. Bäh. Der Profi sagt. Bäh. Naja, explodiert ihr alle mal. Ich geh hier lang. Hinter mir blinkt's alles so rötlich. Alter, das wird kein gutes Zeichen. Boah, die stehen hier aber auch Schulter an Schulter, oder? Ich tippe drauf, hier gab's irgendwas umsonst. Ah ja. Eine verschlossene Tür. Ja, danke. Vielen Dank dafür. Oh! Fuck! Ich wollte grad noch die Shotgun einsammeln. Hast du gesehen? Ja. Immerhin hast du's gesehen. Das zählt. Das zählt ja fast. Das hab ich früher in der Schule auch immer gesagt. Aber ich hab doch die Aufgabe immerhin gesehen. Ich hab sie immerhin gelesen. Das ist schon weiter als ich gelesen. Ach guck mal. Die sind noch von der anderen Seite. Die treiben sich auch noch rum. Gelesen und dann verzweifelt weggerannt. Vor Mathe. So clever seid ihr nicht, ne? Dass man hier mal zusammenarbeiten könnte gegen die. Naja, du bist aber auch nicht grad auf auf humanitärer Mission unterwegs. Ich werfe Lichter der Liebe. Um genau zu sein bist du auf humanitärer Mission, aber die sind ja keine Menschen. Eigentlich schon. Naja, so löst man das Problem. Oder auch nicht. Ja, zurück, 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 zurück. Schild. Shit. Ich dachte ich schaff's. Shit. Hinter mir war auch noch welche. Shit. Nicht shit. Dann geh ich halt hier lang. Dann geh ich halt da lang, wie ich soll. Na gut, sie haben gewonnen. Jetzt, 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 jetzt. Die ist klar. Also ich hab das Spiel noch nie gespielt, aber my money is on, dass er eine total entstellte, superflatgestalt ist. Oh. Da war Spaß. Ja. Take this. Stop. Na gut. Lauter Sackgassen hier. Kennt sich doch niemand mehr aus. Dann nehmt halt das. Oh. Wo ist eigentlich das ganze Erdmilitär hin? Ich glaub, die haben wir alle in der Line of Duty kollateral getötet. Okay. Ist da einer von denen davon gekommen? Nein, nein, nein. Keine Sorge. Und wenn mir doch noch einer über den Weg läuft. Ich hab ja einer Schatten dabei. Nein. Hier kommt keiner nach Hause. Ja, das war mal ein Sicherheitsschuss. The Double Tap. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ach doch, man muss wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Hangar dann hoch. Oder stellt sich heraus, dass man hier gar nicht hat reingemusst. Der meint, irgendwas mit dem dritten Level kann man das erreichen. Hohoho. Geil. Da hinten ist grün. Im Eck. Ah ja. Dann geht's da bestimmt wieder hoch. Wahrscheinlich hätte man auch oben einfach langlaufen können. Aber das wären wir für Gäste, wenn wir nicht überall für Dreck und Schmutzflecken sorgen würden. Zum Glück sieht's hier nicht überall gleich aus auf diesem Raumschiff. Man könnte sich fast verlaufen, aber hey. Deswegen haben die auch den Krieg verloren. Ey, das jetzt. War da nicht links noch? Ne. Das ist nur, um wieder hoch zu gehen. Ich glaube, dass wir oben hätten bleiben müssen, wenn ich es auch gesagt habe. Naja. Haben wir das auch gesehen. Sieht genauso aus wie oben. Ja, man muss ja überprüfen. Ja. Sonst kann ja jeder behaupten. Sonst nie 100% Grun. Alles das Gleiche. Oh, scheiße. Ich spiele ja jetzt momentan Gamerscore für dich, oder? Ja. Widerlich. Ach doch. Mist. Für eine Sekunde. Die zieht dir nachher alles Konto ab. Die will ich überwiesen bekommen. Da fehlt doch eine Etage. Aber wir waren schon erst nur hier, ne? Ja. Da fehlt doch eine Etage. Wird uns vorenthalten. Halt. Ah. Was sagt das? Das ist ein Bauch. Ne, das ist natürlich klar. Flatsch ist das. Ja. Einfach reinhalten. Was haben wir denn noch? 23. Kontrollpunkt. Die Musik hört auf. Das wird spannend. Die Flats nicht. Natürlich nicht. Oh, der eine hat's gesehen. Der hat ein Schafsschützengewehr gehabt. Hallo. Was hab ich eingesammelt? War das, war das Leben? Wirklich? Vorsicht. Traut euch mich. Oh, fuck. Oh, schön da durch die Seite rein. Ja. Aber wenigstens gleich dann. Gleich die Granade. Gleich die Granade. Gleich die Granade. Kommt noch mehr. Der kommt noch abends verstanden. Peace. Oh, man. Was hat sie gesagt, wo ist der Kontrollraum? Hier hinten. Ich könnte mir vorstellen, jetzt finden wir bald den Käpt'n. Meinst du? Ich weiß nicht. Seine vitale Schwinden. Da nachher rein. Bitte. Habe ich zu viel davon oder was? Die grenadieren sich doch selber. Zack. Passt. Passt nicht. Passt auch nicht. Passt. Irgendeiner von euch muss doch noch Shotgun-Munition haben. Gibt sie mir. Ich höre ihn doch. Da. Oh nein. Haut ab. Leck mich. Amos. Passt. Da. Jetzt aber. So. Haben sie jetzt alle verstanden? Oh nein. Nein. Das sieht doch schon voll eklig aus. Das ist auf alt gelassen. Ich kann sie jetzt nicht umschalten. Es geht erst in Halo 2. Nein. nicht umschalten. Wir müssen zurück zum Pillar of Autumn. Let's go back to the Shuttle Bay and find a ride. Und der Pillar of Autumn den Ring anstelle den Ring feuern zu lassen. Ne. Haben wir nicht die Generatoren ausgeschaltet? Wollen die nicht irgendwie überladen? Achso. Ja. Ich hätte gedacht wir hätten die irgendwie ausgeschaltet. Aber wollen wir nicht den Generator von der Pillar of Autumn nutzen um alles in die Luft zu jagen? Ja. Genau. Um die Stabilität des Rings zu zerstören. Achso. Und die Generatoren waren dann irgendwie Schilde oder so. Haben wir nicht irgendwie die Generatoren gebraucht, um zu verhindern, dass er ihn zünden kann? Den Ring? Ja. Oder so. Anders. Aber wer weiß das schon. Hä? Ist das hier gar nicht? Das war doch... Wir sind doch hier langgekommen ganz am Anfang und konnten hier so reingucken. Ja genau. Jetzt ist es kaputt oder was? Wo kommen die denn her? Aus der Tür, wo man es durch kann vielleicht. Oh. Oh. Das ist ja fies. Das ist eine geschlossene Tür. Ja. Das geht doch wirklich nicht. Let's go back to the Pillar of Autumn. Let's go back to the Shuttle Bay and find a ride. Pass mal auf. Schöne Idee, aber... Ich sollte vielleicht vorwärts gucken. Let's go back to the Shuttle Bay and find a ride. Aber nicht genau an derselben Position schon mal irgendwas Wichtiges gemacht in so einem Schiff? Naja, da haben wir doch hier mit dem Kies den da hinten gestellt, an den Apparello. Na toll. Hä? Was ist denn das für ein Mysterium? Ah. Nee. Hm. Ah. Nee. Moment. Hier so. Hier so. Ah. This looks nice. I like. Bring mir das an dir dran. This guy. Das ist der Shuttle Bay. Oder nicht? Nee nicht. Oh. Das sind Arbiters. Echt? Der nicht. Aber der eben gerade. Ja. Oder? Also der sah eben gerade so aus, als hätte er so eine Arbitur-Rüstung. Ja, das sieht doch gut aus, das Ding. Dem kann ich doch bestimmt fliegen, oder? Nehm ich. Der schwind. Und. Einsteig 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 einsteig, los, 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 los. Oh. Wuhu. Sprenget ab. Sprenget in de Luft. Zerstören Sie Halo, bevor Halo alles Leben in der Galaxie zerstört Mach kaputt, was dich kaputt macht Ich habe keinen Ton mehr Jetzt wieder Ich habe keinen Ton mehr und eine Pale Horse und Hal Follower Die sieht ein bisschen lustig aus. Als würdet ihr so die Zunge rausstreckt. So, auf der Pillar. Und die sollen wir jetzt zur Explosion bringen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann.